Einen schönen guten Abend beim grünen Feuer. Heute lebt er wieder Frau Franz. Bitteschön. Einen schönen guten Abend. 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 Amen. Applaus I've got 29 ways just to get to my baby's door I've got 29 ways just to get to my baby's door And if you keep me there, I can find a bad tune in the morning I've got a way through the window, I've got a way down the hall If you're gonna get a rap, I've got a hole in the wall I've got 29 ways just to get to my baby's door If you keep me there, I can find a bad tune in the morning I've got 29 ways just to get to my baby's door I've got 29 ways just to get to my baby's door And if you keep me there, I can find a bad tune in the morning If you keep me there, I can find a bad tune in the morning If you keep me there, I can find a bad tune in the morning I've got 29 ways just to get to my baby's door If you keep me there, I can find a bad tune in the morning If you keep me there, I can find a bad tune in the morning If you keep me there, I can find a bad tune in the morning If you keep me there, I can find a bad tune in the morning If you keep me there, I can find a bad tune in the morning I've got 29 ways just to get to my baby's door Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Es gibt sicherlich auch 29 Ways hier, um den Kulturgierler zu besuchen. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch hier da seid. Ja, genau. Ich wollte es sagen. Ja, dann sag es halt. Ja, das macht es besser. Das mache ich jetzt. Und wir haben ja so ein Orga-Team. Ja genau, streichen mal ein bisschen her. Ich brauche das. Wir haben ja so ein Orga-Team, und zwar die Miriam, die da in die Hand legt. Das ist unser neuer Zugang im Orga-Team. Deswegen ist jetzt nicht nur der Mark und der Michi, also ich, sondern auch die Miriam da. Und wir nennen uns jetzt Triple M. Das heißt, Kamik war ja hosted by Triple M. Das ist lustig. Nein, dass der Leute, der spielen möchte, bitte bei der Miriam anmelden. Die macht die vierte Liste. Und dann nicht vergessen, die G-Mann-Liste auszufüllen, damit sie auch wissen, was denn so alles gespielt wurde. Damit ich das auch morgen schön melden kann. Damit da die Künstler auch ihr Geld bekommen. Nicht, dass sie dann auch werden. Ja, das ist ja immer noch was, wenn ich auf mein Haus bin, dann, oder? Wohooo! Wohooo! Die Datsphal. Die Datsphal. Die Datsphal. Halt, Halt, Halt. Ja, haalt, Halt. Soll ich auch nicht mehr. Wie ist es so hart? To satisfy your senses? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020